Was passiert heute? Also ich würde heute ein Interview als Frontfrau von McLaurius geben. Als Frontfrau? Ja, wir nennen es McLaurius Featuring Lady Gaga. Und ich bin schon sehr gespannt, weil heute wäre ich seit langem einmal angezogen wie das Spiel. Mit Bart und langen Haaren. Mit Bart und langen Haaren, ja, weil ich dachte, das passt mir ganz gut zu diesem Indie-Rock-Image. Und ich war im Geschäft, aber das hat mir niemandem an Indie-Rock verkaufen können. Also ich habe einfach keinen gefunden. Das war ein Hund übrigens. Hundigaka. Ach so. Hundigaka. Also du bist so Lady Gagas Rodi sozusagen. Genau, so ein Mikrofontechniker bin. Ach so. Hundigaka, komm her. Hundigaka. 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 We sind bei einem kurzen Stopp unterwegs nach Morristown. Und neben uns steht ein Sheriff-Auto. Cool die Handschellen über den Hit. Hinten die Puffen drin. Es sitzt kein Sheriff drin. Aber dafür ist die Tür aufgesperrt, der Motor rennt und der Schlüssel steigt. Finde ich cool. Land of the Free, ne? Land of the Free. Da, wo oben steht, wird mir irgendwo drauf. Ja, da. Wie geht's dir vor deinem schweinen Auftritt heute in Morristown? Ich bin nie nervös. Ich bin's ja auch gewohnt, ich singe jeden Tag im Radio. Jeden Tag musst du zum Radio gehen. Ja, ja, total. Es gibt ja ein eigenes Lied, das drüber singt, wie ich im Radio singe. Das heißt Radio Gacka. Das ist von Queen. Das Magic Gabriel, das acht人. Das ist von April. Aber das Wort ist ja auch gewohnt, wo coexist ja auch gewohnt. Das ist von dort, wie ich im Radio singe. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt in unserem Nightliner zum Tourbus und der ist sehr bequem, ein bisschen luxus wollen wir es aufgören auf der Fahrt und da kann man einmal schlafen und einmal hinten. Sehr angenehm, angenehm. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.